Tirol gegen Real Madrid, du spielst Barcelona. Ja, Real gegen Tirol. Für die Tiroler könnte es der dritte Einzug ins Halbfinale werden. Für Real Madrid das der zweite. Ja, Real Madrid das der zweite. Da sind die Spieler auf die Tirol. Ein großer Applaus für sie. Für alle zu genießen. Was für ein Auslauf? Was für ein Eik mit der Wuchtung? Okay. Ja, wäre so. 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 13 14 16 14 15 15 16 16 16 17 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 19 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 19 19 19 19 20 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 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 24 25 25 31 2 25 25 25 25 25 25 Out? Ja. Anschluss. Wow. Also ja, da bin ich auch stark gewandelt, machen wir dann das zehntes Tor, also Alexan habe ich ja schon abgeschieden, da war er so gut am Anfang und dann habe ich ihn ja so abgeschieden, Alexan, Alexan, ich habe nicht so abgeschieden, aber Maxi will ihn bei Tijol haben und ich dachte mir, okay, sicher, ja, und ja, jetzt wird es fast der Spieler, also Tijol sitzt auf der Bank, Alter, die Primović, ja, was dir wahrscheinlich sehr wehtut, ja, wenn er sich zahlt, zankt er es nicht, kann ich nichts dafür, Armstrong kannst du auch nicht wirklich spielen, ne, der ist auch da auf der Bank, ja, aber nur auf der Bank, da weil das war ja statt Rapp eigentlich und da hat sich Rapp jetzt so gefestigt, und Henderson sowieso, ja, und Stritten der Mittelfeld hat angefangen an. Stark! Stark! Richthin! Ja, der ist stark, es sieht gut aus dabei. Sehr gut sogar. Keine Ahnung. Läuft nicht in diesem Turnier. Ja. 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 Ups. Oh, ja, da drüber gab es jetzt, danke ich mal. Süß. Süß. Oh. Ja, jetzt sieht es sehr hart. Sehr hart. Mal probieren. Mal probieren. Tempel. Und er macht es. Lieber ich habe jetzt. Ja, und Alexson 6 der Assist. Änd wir mal im Fall von dem zu nehmen. Ja, oft ist es so, die Spieler sind oft bei der falschen Mannschaft, da zeigen sie nichts. Ja, und man sieht aber, bei Shanghai war ja das Um und Auf vorne. Und dann habe ich ja absteigen lassen quasi. und dann mal durch was kann ich war bei zwei fahren war aber mit porto und einmal noch heute Oh... 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 Wow.... gobierno... Gegen seinen X-Cub, bei all seinen X-Cub Na, Domeback. Zum Beispiel Bromes blüht hier, ist hier auch ordentlich aufgeblüht. Ja, ja. Schön, Kuschauer. Ja, ist noch glücklich. Schön. Starke. Das war wirklich stark. Alter. Das war weniger stark. Ah! Der ist verletzt. Fuck it! Hat sich hier verletzt. Bei einer der letzten Aktionen. Bei einer der letzten Aktionen. Abendet. Oh! Das sieht. Wie man es auch schon sagt, wie eine Komar-E-Wiese aussieht. Also bei Barcelona ist immer eine Komar-E-Wiese. Das lassen wir nicht so, dass das Stadion eine Chance schockt. Wow! Messi! Was? Ciao! Was? 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 Das war's. Genau. Was? Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Der war ganz knapp nicht im Absatz Stadion Das ist wirklich stark Schaffen sie das Double vielleicht So wie sie hier spielen So wie sie hier sind So wie sie hier haben So wie sie hier sind So wie sie hier sind